Bei der dritten E-Mail-Sequenz, also von den 6.000, die sich dann beim Webinar eingeschrieben haben, leitest du dann auf die nächste Landingpage, wo es darum geht, einen Zoom-Call, eine Strategie-Session, ein Strategie-Gespräch ist es zum Beispiel bei mir, sich zu buchen. Und das ist natürlich mit viel mehr Aufwand verbunden, weil dort muss ich mich ja quasi zeigen. Ich muss einen Zoom-Call buchen und dann dort eben eventuell Zoom, wenn ich es noch nicht habe, runterladen, installieren bei mir und so weiter. Aber die Wahrscheinlichkeit erhöht sich, dass ich eben wieder, wenn das wieder genau so aufsetzt, die Landingpage fast identisch, nur dass dieses Mal eben geht es halt eben um den Zoom-Call, dass dann eben die Leute von den 6.000, sich vielleicht 4.000 eintragen für den Zoom-Call. Also wahrscheinlich werden jetzt nicht ganz so viele sein, das reduziert sich dann schon um einiges. Aber jetzt nur mal als Beispiel. Die normalen Conversion-Raten, das ist immer Fall zu Fall wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Aber da muss man wirklich im Einzelnen schauen. Ich kann jetzt nicht sagen, Conversion-Rate ist immer 10%, das wäre total unseriös. Weil es ist ja etwas völlig anderes, wenn du jetzt quasi High-End-Programmierdienstleistungen verkaufst, die mehrere 100.000 Euro wert sind. Als wie wenn du jetzt mal irgendwie eine Java-Schulung verkaufst, die vielleicht nur 600 Euro kostet am Tag oder irgendwie sowas. Also die Conversion-Raten ja ganz anders. Sehr logisch. 600 Euro versus 600.000 Euro. Okay. Das soll es gewesen sein für diese Lektion. Ich hoffe, du hast da einiges mitnehmen können. Und wenn ja, dann auf jeden Fall irgendwo muss auch eine Kommentarfunktion sein, eine Feedback-Funktion. Einfach mir Feedback geben zu dieses Video. Soviel zum perfekten Landingpage. Ich hoffe, es wurde sehr ausführlich hier alles beschrieben. Dann sehen wir uns in der nächsten Lektion. Bis dahin, dein Thomas Klein. Happy Hunting! Happy Hunting! Happy Hunting!